Immer Party, immer auf Zack, immer gute Laune. Als Ballermannstar muss man die Menschen mitreißen können. Doch das ist manchmal gar nicht so leicht. Vor allem dann nicht, wenn gerade ein Familienmitglied verstorben ist. So wie bei Das Rote Pferd-Sänger Markus Becker. In einem Interview mit Schlagerradio auf Mallorca offenbart Ballermann-Sänger Markus Becker nun, dass sein Vater im Januar verstorben sei, es hatte sich bereits im November vergangenen Jahres angekündigt. Mein Vater war dement, konnte nicht mehr laufen und nicht mehr richtig schlucken und ist letztendlich an einer Lungenentzündung gestorben. Markus Becker, schwerer Verlust Beckers Vater war erst 78 Jahre alt. Der Verlust seines geliebten Vaters hat den Sänger tief getroffen, was sich auch in seinen Auftritten widerspiegelte. Die ersten Auftritte waren sehr schwer für mich. Obwohl er beruflich einen anderen Weg eingeschlagen hat als sein Vater, der war nämlich Bankdirektor, beschreibt Markus das Verhältnis als sehr harmonisch. Seine Eltern hätten ihm stets Mut gemacht, seinen eigenen Weg zu gehen und Risiken einzugehen. Markus Becker, wenn der Tod kommt, kann man eh nichts dagegen machen. Angst vor seinem eigenen Tod hat Markus allerdings nicht, wenn der Tod kommt, kann man eh nichts dagegen machen und wenn es dann soweit ist treffe ich all meine Verwandten und Freunde wieder, die mich bereits verlassen haben. Trotz der Trauer um seinen Vater versucht Markus Becker, weiterhin auf der Bühne für gute Stimmung zu sorgen und seine Fans mit seiner Musik zu begeistern. Töne 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 Töne